Oh, hallo, moin. Ach scheiße, hier kommen ja immer mehr. Ach, Quatsch. Weiß nicht, woran du das festmachst. An ein paar Punkten, die dort rumlümmeln. Alter, das wären ganz schön viele. Mein junger Vater, Freund. Übertreib es nicht. Sorry, kennst du mich doch. Immer am Übertreiben, 88. Ja, an deinem Geburtsjahr oder was. Ja. Woher weißt du das? War geraten. Ich weiß. Wagen fällt demoliert, aber... Ja, easy, ne? Ich bin ganz allein. Das war aber jetzt auch kein Geld, das wir dafür bekommen haben. Aber wir läppeln so ein bisschen, ne? Das ist schon mal vorteilhaft. Also, ich fand das schwieriger als die Mission davor. Wenn wir jetzt weniger bekommen, finde ich das sehr seltsam. Okay, ja, gut. Gut, ist ja auch ein dummes Auto. Hier, jetzt mal ein Team-Deathmatch, sagst du? Äh, ja, klar, alles, was du willst. Wobei, im Team arbeiten möchte ich eigentlich nicht so gern. Aber gut. Äh, freier Modus, ja? Naja, hier gibt's ja nur Mission. Das ist so ein bisschen kacke. Aber... 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 Hm... Äh, nee, hätten wir jetzt auf, äh, aktualisieren geklickt, wären da auch noch ein paar falsche... Falsche... Was, Liz, spielst du da davon? Mann, ich überleg grad, ob ich mir noch den Subway in die Mikrowelle schieb. Den Subway! Naja, den Sub mein ich. Von Subway. Gibt's... Oh, lol. Ah, was ist denn das? Was ist denn los? Lol? Was ist denn los? Das ist gruselig. Ich hab jetzt irgendwie gerade das Gefühl gehabt, irgendwas hat mich betatscht. Achso, das war ich. Oder dein Sohn. Kann sein, vielleicht. Hock da uns an deinem Stuhl und guck halt mich zu und du merkst es gar nicht? Nee. Nee, da sitzt keiner. Nee, ohne Spaß. Irgendwie irgendwie Tio, was er gerade rumgechillt hat. Hörtest du noch mal kurz erwähnen, wie dein Sohn eigentlich heißt? Hast du mir nämlich noch gar nicht erzählt. Äh, Klaus-Peter von Arnold. Arnold? Ja. Arnold ist ein Drittname. Zweiter. Drittname. Drittbrettfahrer. Yo. Wohin denn? Hier. Oh, da mal. Ah, da bist du noch. Erstmal jetzt kurz gucken. Erstmal kurz gucken, ob hier wirklich nichts ist. Nee, erstmal kurz gucken, wo jetzt hier so ein Team Deathmatch ist. Online. Äh, halt, stopp. Jobs. Job, spielen. Von Rockstar erstellt. Deathmatches? Aber gibt's hier nicht auch irgendwie so eine Kategorie für Team Deathmatches? Nee, nee. Das haben sie rausgemacht, weil... Ähm... Sie meinen, das wäre nicht mehr so kinderfreundlich. Ich hatte... Ja, ich... Achso, nee, das steht da. Okay. Ich geh mal ins Stripclub. Ein bisschen strippen. An den Strippen ziehen, verstehst du? Oh shit. Was ist denn der Fahrzeug-Deathmatch? Ach, da spielst du Fahrzeug gegen Fahrzeug. So, ich hatte mal so eine Mission, ne? So eine Mission. Ja. Und lade dich dazu einfach mal ein. Nee, ich nehm nicht an. Ah, blick. Wuss. Muckst du auf, man. So, Team Deathmatch. Erstmal hier wieder so ein bisschen... Die Musik einstellen. Ja, drüber reden. So, komm. Komm, wo ist es denn? Da. Hier bin ich. Äh, ganz gechillt jetzt erstmal. Anzahl der Teams, ja. Machen wir zwei Teams. Machen wir 10 Minuten, oder... Nee, da wäre ich eigentlich nicht so für. 40 Kills. Er hört mir eigentlich auch gar nicht zu. Jo. Tageszeit. Aktuell kann man eigentlich machen. Verkehr ist doch auch vollkommen egal. Besitz und Aufnehmbar. Nee, fest und Aufnehmbar. So, Schnellstart. So, eingeladen. Du könntest erstmal dezent hier reinkommen. Pass mal, ob wir schon da einen anderen mehr rein. Das wäre natürlich schlecht. Boah, wen hast du denn alles eingeladen, Alter? Na, Alter, aus der Sitzung. Und, wie war sonst so dein Tag heute? Ja, ein bisschen viel getrunken. Ja, aber Cola und Eis zählt nicht, ne? Ja. Was hast du gesagt? Cola und Eis zählt nicht. Cola und Eis zählt nicht. Achso. Na, kennst du das Lied? Was? Cola und Eis. Ah, Cola und Eis gibt's ein Lied? Nee. Ja, ich finde das echt sehr uncool, weil sich hier in meinem Zimmer so rum bewegt. Weil der Dumme ist halt, wenn ich das Fenster zumache, wird's hier warm. Und das will halt keiner. Oh, das sieht hier schon mal sehr gut aus, also. Hm? Zwei Leute? Wollen TeamDefmatch spielen? Ja. Ja, gut. Wie lange wollen wir da jetzt warten? Ah, oh Mensch, hoi. Was denn? Da tritt einer bei. Oh, cool. Ja. Ich warte jetzt immer noch. Oh, Level 5. Oh, geil, geil. Wir zwei gegen den, sagst du? Hm, ja. Kann man machen. Nee, aber ich glaube, da müssen mindestens vier Leute da drin sein. Vor allem, ich bin immer noch erfahren, Fänger. Wie kann das denn sein? Bei mir nicht. Nee, aber manchmal wird man da drin sein. Das ist schon mal so angezeigt. Kann man hier irgendwie seine eigenen Statistiken angucken? Nee. Ist es im Bereich des Möglichen? Äh... In vorbeigetretenen Spieler? Ja. Wir haben... Hier bin ich jetzt wieder Profi-Rennfahrer, ne? Manchmal aber nicht. Ja, du kannst ja mal gar nicht fliegen, nur Lappen. Ja, ich weiß, muss ich mir öfters machen. Ja, siehst du, fängt das schon so an zu sexieren. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, wenn man, wenn man in Sachsen lebt und wohnt, da redet man doch irgendwann so. Richtig dumm. Das ist ja richtig dumm, ja. Das sehe ich ja nicht. Du nimmst das einfach nicht ernst, also... Ich bin jetzt auch schon enttäuscht. Oh, Mensch. Oh, Stinkebolzen drück bei. Stinky Nutz. Wer ist denn das? Auf Abruf. Komm, spielen, oder? Ich spiel... Schuchte! Stinky Nutz, Alter. Komm, wir beide in einem Team gegen die, okay? Okay. Jo. Wunderbar. Bereit zum Spielen. Mach bereit. Wunderbar, Mensch. So wünsche ich mir das. Team 2. Team Razor. Achso, wir sind Team Razor. Geil. Ja. Finde ich jetzt nicht so cool. Wird lieber Miss Team, äh, Brain Array heißen, weil... Ist einfach cooler. Weißt du, Team ohne Hören? Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ja. Mensch, du musst auch ein bisschen Grips haben. Na, warte mal hier jetzt. Jetzt hat man die nur Dreckspistole. Jo. Ne, warte mal. Ich brauche... Halt mir auch irgendwie eine Waffe frei, bitte. Was ist denn eine Granate? Granaten. Du Arschfigger, ne? Du wieso ein kleiner Arschfigger. Lass mir zumindest das hier vorn, bitte. Dankeschön. Die kommen hier gleich. Hä? Hä? Oh, danke, Alter. Boah, das war... Das war fast schon mein Ende. Digga. Wie kam denn der jetzt ja gesteppt? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber Dicker, ich bin dir sehr dankbar. Pass auf da oben. Ey, wieso... Mann, du weißt doch, dass ich scheiße bin. Dann sowas, ne? Vor... Pass auf, da kommt einer. Loll! Der hat mich einfach kaputt gemacht. Mein Aim ist aber auch richtig schlecht, ne? Also mein Aim ist richtig gut. Hast du das nicht gerade gesehen von mir? Ja, okay. Aha. Er boxt mich. Nee. Nee. Nee, Richard. Ich will nicht mehr. Der Typ, der hackt. Ich weiß nicht, hast du vielleicht gesehen, aber der hackt. Jo, ich baller die ganze Zeit auf den drauf. Ja gut, äh... Und du steppst hier rein. Du weißt... Hier, ne? Der ist hier. Richard! Mann, er hilft! Jo, er hat mich auch gekillt! Also dieser andere Spassi da, ne? Vor allem der ist Level 5 und macht uns nass, ne? Ich würde mich schämen. Der ist da oben, glaube ich. Ja komm, lass mal vorsteppen und dann jetzt irgendwie anders machen. Der ist hier oben. Ich weiß. Na dann mach doch mal was! Los! Das ist hier gar nicht. Oh, du hast... Lol, was ist denn da los? Ja, die Spawns sind hier auch richtig random, oder? Okay, der ist hier einfach drin! Richard, hilf mir! Ja, ich bin doch schon da. Was willst denn du? Nice, Richard, nice. Ich war grad fast ein bisschen... Lol! Lol, lol, nein! Renn hier rein, Mann! Ey, ich finde das aber cool, dass du hier in die Häuser rennen kannst. Ist der oben bei dir? Oh, ja! Er hat mich wieder gekillt! Dieser Stinky-Boy da. Oh, der Stink... Mein... Lol. Okay. Alles gut! I need my a new weapon. Lol. Ohne Quatsch! Ich hab den Typen nicht gesehen. Also, der hockte... Du hast 40 Kills eingestellt, du bist doch ein verrückter Neger. Ne, 10 Minuten nur, maximal. Achso. Da bin ich ja... Da bin ich ja beruhigt! Ja! Weißt du, der macht den richtig schlauen Move, er rennt an mich ran und dann... Lol, alter, was ist denn da los? Da klappt er mich rum. Oh, die Gegner haben irgendwie einen Kill mehr. Was sagst du denn dazu? Niederlag ist der, ey! Bullenhai... Was? Ey, danke! Ah, das war's! Mann! Ich dachte, du wärst das hinter mir! Oh, das war grad'n bisschen peinlich. Aber gut. Junge, der Typ da, ne? Der regt mich richtig auf. Der stinkige... Wieso trifft der mich denn so gut? Richard, mach doch bitte was! Niederlagenserie? Okay. Jo, was denn hier ist los? Ey, wo war's ihr? Ne, ich hab irgendwie grad Glück. Moin! Ja, okay! Mhm! Ich... Halt zehn Magazinen drauf! Du, ein Schuss! Tot! Pass auf, der ist dort unten irgendwo. Ist mir sowas von egal. Das ist nicht wahr! Nein! Find ich nicht lustig! Auch wenn du lachst, lach ich nicht. Loll! Der hat mich schon mal gebumst. Was war denn das jetzt für ne... Zeit eigentlich? Nee! Dann von beiden Seiten! Doch, Richard, man. Ich mach grad nix. Tut mir leid, ne? So ein Teammate wie mich zu haben ist halt einfach nicht einfach. Oh! Da kommt er! Mit... Diesen Scheißteil wieder aufs Eck! Es kann nicht sein, man. Ich brauch einfach mal so ne... So ne scheiß gute Waffe. MP, ne? Ist nämlich auch mein Problem. Ich find keine MPs. Also keine wirklichen Waffen. Schon Waffen, aber keine richtigen. Ja, da bin ich schon wieder tot, man. Mann! Ich gönne mir direkt wieder ne Niederlagens-Area. Mann! Und ich gönne mir auch schon wieder nen Tod. Alter! Der Typ ist echt krass. Pulverisiert der mich einfach mal. Ohne zu fragen, ne? Ne, das Ding ist einfach, der hat ne viel bessere Waffe als ich. Hab ich ja vorhin so gesehen, ne? Ich hab einfach mal so ne gute Waffe, die nicht und ich rasiere. Für... Für... Einen kurzen Moment. Norris hat mir den Arsch gerettet, hab ich gehört. Weißt du... Der hier einfach mit seiner Schrotze. Denkt, er rasiert mich und er rasiert mich. Mann! Stinky nut, Alter! Ist ja schön für ihn, dass seine Nüsse stinken, aber... Ganz ehrlich, ne. Lol! Achso, okay. Ich hab ihn auch noch gekriegt. Neues oder älter. Rache-Kill, okay. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Irgendwie mehr AP. Okay. Ich seh's auch, oder nicht? Nee! Der hat nicht geschossen! Oh, bitte! Ja... Bis jetzt!